Kapitel 1 Übung A3 Hören und lesen Sie Ich komme aus Italien, Frankreich, Schweden, Dänemark, Großbritannien, Polen, Russland, Spanien, Portugal, Brasilien, China, Japan, Belgien, Rumänien, Slowenien, Indien, Ungarn, Irland, Griechenland. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus der Ukraine. Ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus den USA. Ich komme aus den Niederlanden.